Benjamin Stamboudi ist einer, wie ihn sich jeder Trainer wünscht. Einer, der mit anpackt und einer, der mitdenkt. Für mich ist Training eine Chance zu verbessern. Training ist versuchen, versuchen, versuchen und neue Sachen zu machen. Und wenn es klappt, ist es eine kleine Sache mehr für die Mannschaft. Kein Wunder, dass er so denkt. Sein Papa Henri war Profi und dann Trainer unter anderem von Olympique Marseille, dem Togo und Guinea. Der Opa mütterlicherseits Gérard Banide war Trainer unter anderem von Monaco, Marseille und PSG. Und sein Sohn Laurent, also der Onkel von Benjamin, auch ein Trainer unter anderem bei Monaco. Du kannst ja gar nichts anderes werden. Ja, wir werden es nach meiner Karriere gucken. Mein Bruder ist nicht Trainer. Ich glaube, ich kann auch etwas anderes machen. Aber das ist etwas, das mich interessiert. Und wie stellen wir uns eine typische Familienfeier im Hause Stamboudi vor? Wenn wir zusammen sind und essen auf dem Tisch. Es gibt sehr schnell Salz, Pfeffer und es gibt eine Raumaufteilung. Das ist geil. Und ich mag diesen Job. Das hört sich doch nach einem Plan an. Aber erstmal gibt Benjamin noch ein paar Jahre den Spielertrainer. J'syn. Mal läuft. J'syn. Al of... J'syn. Tuấn. J'syn. Vielen Dank.